Bröhring Spreer. Viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Herzlichen Dank. Liebe Gäste, auch Sie schauen bitte mit mir zusammen an die LED-Wand. Und da steht das vorläufige Ergebnis für Christina Bröhring-Sprähe und Destiny-OLD. Ich glaube, zwei Ergebnisse brauchen wir nur sagen. 1600 Punkte, 78,08 Prozent. Großartig, oder? Boah, das war schon eine wirklich großartige Hausnummer. Aber auch das sechste Bewerberpaar, darauf konzentrieren wir uns, und zwar auf Marion Willim-Zick. Sie bringt uns hier, einen niederländischen achtjährigen Sohn des Sir Oldenburg, Mai Sanremo, an den Start. Wir freuen uns auf die Qualifikationsetappe von Samurai. Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.